Aufgrund zahlreicher Nachfragen zu neu gebauten Einfamilienhäusern hier in den USA handelt dieses Video genau davon. Bauen und Kaufen von Einfamilienhäusern hier in den USA in Neubaugebieten. Wenn du einen Eindruck haben möchtest, wie sowas ausschaut, dann ist es genau dein Video. Let's get into it! Der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Als Immobilieninvestor konzentriere ich mich auf den Großraum Philadelphia hier an der Ostküste der USA. In meinen bisherigen Videos habt ihr gesehen, wie ich selbst bzw. mit Partnern gemeinsam in Immobilien investiere. Und diese Immobilien, die ihr da gesehen habt, haben alle eins gemeinsam. Sie sind alle im letzten Jahrhundert entweder gebaut und renoviert oder bereits renoviert gekauft worden. Aber wie schaut es mit Neubauten und Neubauprojekten aus? Genau diese Frage erreichte mich in den letzten Wochen des Öfteren via Instagram und E-Mail. Als Unternehmen und mit Partnern investieren wir zwar gerade nicht in diese Neubauprojekte, aber auf vielfahrem Wunsch von euch gibt es heute dazu das Video. Eure zahlreichen Anfragen zeigen, dass es da in Deutschland eine große Skepsis gegenüber diesen US-amerikanischen Bau- und Konstruktionsweisen gibt. Sind diese Vorurteile berechtigt? Ich zeige dir, welche Arten von Neubauten es gibt und wie diese unterschiedlichen Neubaugebiete ausschauen. Du siehst, was die Kosten sind und wie es sich in so einem Neubaugebiet lebt. Vorab zur Bauweise. Historisch gesehen ist in den USA die Holzständerbauweise einfach mehr verbreitet. Also Holzständerbauweise heißt nichts weiter als, es gibt ein Holzgerüst, Grippe und um dieses Grippe herum wird das Haus Etage für Etage fertiggestellt. Und bis zu drei Etagen braucht man hier auch keinen Architekten. Das heißt, man kann drei Etagen selbst planen, einreichen und genehmigt bekommen. Holzständerbauweise ist in den USA historisch gesehen verbreitet ganz einfach, weil Holz hier günstiger war. Also Holz war verfügbar und es war günstiger und es schneller zu verarbeiten. Das war in Europa nicht so. In Europa ist historisch gesehen Holz immer knapper gewesen und deswegen teurer. Und da war es einfacher und verbreiteter mit Stein zu arbeiten. Es geht hier nicht um das Für und Wider, welche Bauweise die richtige ist. Das soll es nicht sein, sondern wir schauen uns einfach die Objekte an und los geht's. Fangen wir an mit den Fertigteilhäusern. Fertigteilhäuser sind in den USA verbreitet und zwar schon seit den 1920ern. Da waren Firmen wie zum Beispiel Sears, die haben Fertigteilhäuser im Katalog vertrieben und auch verkauft. Da hat man dann den Bausatz bestellt, der wurde dann geliefert und man konnte den Aufbau dazu bestellen. Oder man hat einen eigenen Handwerker, der einem das Haus auf seinem Grundstück mit aufbaut. Das ist häufig verbreitet. Diese Häuser haben lange gehalten und halten auch immer noch sehr lange und waren preislich für jeden erschwinglich. Und darum ging es, schnell die Masse in Eigenheime zu kriegen. Wer heute noch in so einem Haus lebt und das weiß, weil viele wissen es nicht, der hegt und pflegt diese Häuser, weil die sind immer noch sehr gut erhalten oder schon bereits renoviert und auch sehr, sehr weit in den USA verbreitet. Also beliebtes Objekt, Fertigteilhäuser. Auch neue Fertigteilhäuser gibt es, die sind auch in den USA verbreitet. Die sind dann aber eher in den Developments, also in diesen Neubaugebieten, die wir uns später im Video noch anschauen werden. Kommen wir zu Architektenhäusern. Ganz klar gibt es auch individuell geplante Architektenhäuser. Aber diese Häuser sind eben, seien sie Stein oder Holz, vollkommen egal. Die obere Preisliga, weil was von der Stange ist, was schnell wiederholbar ist, ist eben günstiger. Also Baukastensysteme, wie sie die großen Bauträger haben, die sind günstiger. So Baukastensystemen bei einem der Hersteller, ich sage keinen Namen, weil ich möchte keine Werbung machen, heißt zum Beispiel die Variante Mozart oder Beethoven oder Strauss. Und diese Varianten unterscheiden sich eben entweder in der Ausstattung, das heißt höherwertige Ausstattung, in der Anzahl der Räume. Aber vom Prinzip her ist es genau von einem Architekten einmal geplant. Und dann braucht man nur noch die Räume tauschen, beziehungsweise die Anzahl verändern und kommt somit schnell und günstig auf Masse. Und genau solche Massehäuser, beziehungsweise solche Bauträgerobjekte, schauen wir uns jetzt mal an. Das erste Baugebiet, was wir uns anschauen, ist von einem Bilder, also einem Bauträger, der alles aus einer Hand bietet, von der Hausversicherung bis zum Maklergeschäft, bis allem drum und dran. Das heißt, man geht einfach nur hin und kauft ein komplettes Haus. Und diese Bilder heißt Lenner, Lenner.com. Ich setze euch alle Links in der Reihenfolge, wie ich sie abarbeite, unter das Video. Das heißt, ihr könnt sie im Nachgang einfach nochmal alle nachvollziehen und müsst euch jetzt nichts mitschreiben, sondern einfach nur anschauen und die Show genießen. Das ist jetzt die Website von Lenner.com. Also das ist diese Bilder, diese Fertighausbilder. Also die haben verschiedene Baupläne, beziehungsweise Musterhäuser. Und diese Häuser kann man in Variationen ausstatten, von Fassade, Verklinker bis sonst was. Also das ist im Prinzip genau dasselbe, dieses Katalogmodell. Und man sucht sich einfach aus, was man da möchte. Die bieten die Versicherung, die bekommt, also das schlüsselfertige Paket mit allen elektronischen Ausstattungen, was auch immer. Das bieten die halt an. Und das ist denen ihre Webseite. Ich will jetzt hier nicht groß Werbung für die machen. Das ist halt nur ein Beispiel. Und wir schauen uns ein Baugebiet an, was die gebaut haben. Das ist jetzt schon drei, vier, fünf Jahre alt. Das heißt, die Häuser sind schon fertig. Die stehen schon. Das ist schon fertig developed. Also diese Baugebiete heißen hier in den USA Developments. Auch bekannt unter dem Namen in Deutschland Hypothekenscholle. Und ja, schauen wir uns an, wo das liegt. Dazu wechseln wir auf Zillow.com, weil auf der Website von Lenner ist das Baugebiet, was die da entwickelt haben, nicht mehr zu finden. Das ist fertig entwickelt. Die haben jedes Haus an Privatleute verkauft. Und ich glaube, die übernehmen nur noch den Betrieb oder beziehungsweise haben auch das sogar ausgelagert. Also zu diesem Development, was wir uns jetzt anschauen, findet man auf der Website von Lenner selbst nichts mehr. Aber hier auf Zillow.com, auch so ein Immobilienportal, da findet man noch jede Menge Informationen, beziehungsweise bekommt einen Eindruck, wie das ausschaut. Das seht ihr jetzt hier, Zillow.com. Also hier ist Philadelphia. Ich kann noch ein bisschen rauszoomen, dann seht ihr, was ich meine. Hier oben ist New York. Washington und Philadelphia ist genau in der Mitte. Und wir gehen jetzt nach Philadelphia rein. Der Ort, um den es sich handelt, wo das Baugebiet ist. Also das ist hier das Stadtzentrum. Und diese Developments sind meistens außerhalb, ganz klar, weil da ist der Platz. Und in dem Fall war jetzt hier, ist das Development in diesem Ort Media. Und genau hier ist dieses Development. Das ist ein ziemlich verhältnismäßig kleines Development. Das werdet ihr in den nächsten Cut noch sehen, dass da auch Developments sind, die etwas größer sind als das. Und hier ist das Development. Das heißt, hier ist die Einfahrt. Also hier ist so eine kleine Bypass. Das ist die Route 1. Genau an der Hauptstraße, beziehungsweise an der Schnellstraße ist das hier gelegen. Aber das seht ihr auch gleich. Wir fahren hier unten los. Also ihr seht meinen Cursor hier unten. Da fahren wir los. Und dann fahren wir einfach mal durch dieses Gebiet durch. Und ihr bekommt einen Eindruck, wie die Häuser ausschauen. Wie das in diesem Wohngebiet ausschaut. Also was ihr jetzt hier auch seht, hier poppt gerade gar kein Haus hoch zum Verkaufen. Das heißt, alle diese Häuser sind verkauft oder wurden erst kürzlich verkauft und sind alle bezogen. Und gerade ist keins hier zum Verkauf. Aber wir können uns trotzdem mal ein Modellhaus dazu anschauen. Beziehungsweise bei einem späteren, bei einem anderen Wohngebiet, was wir uns danach noch anschauen, sehen wir auch ein Haus, was wieder zum Verkauf ist, weil das ein bisschen älter ist. In den Musterhäusern, beziehungsweise in den Showrooms zu diesen Developments, auch in dem späteren Development, was ich euch noch zeigen werde, durfte ich nicht drehen. Von daher müssen wir uns auf diese Informationen hier stützen. Die Developer wollen das nicht so ganz transparent machen, weil sie natürlich im Kundengespräch Emotionen verkaufen. Und wenn sich Leute vorab informieren und machen und tun, dann ist das nicht in deren Sinne. Also von daher, im Showroom oder Musterhaus durfte ich nicht drehen. Aber wenn man da später das Haus von jemand anderem kaufen möchte, kann man da natürlich durchaus drehen, weil dem gehört dann das Haus und der kann dann auch sagen, ob gedreht werden darf oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, fahren wir mal durchs Wohngebiet. Los geht's. Also das ist der Kreisverkehr vom Eingang. Und ihr seht hier auch schon, die Bürgersteige sind alle schön gemacht. Das ist alles neu. Und was ihr jetzt hier seht, sind eigentlich alles diese Reihenhäuser, beziehungsweise Doppelhaushälften weiter unten noch. Und hier immer so fünf, sechs Häuser am Stück. Und der Bautyp ist vom Prinzip her immer dasselbe, was variieren kann von den Fenstern, von den Garagentouren und so weiter und so fort. Also es gibt da schon eine Linie. Ja, alle Autos stehen vor den Garagen. Jedes Haus hat mindestens eine Doppelgarage, aber die Autos stehen da trotzdem nicht drin. Das ist auch hier so üblich, dass die Leute einfach in den Garagen keinen Platz haben, weil die jeden Kram da reinstellen und somit die Autos immer vor der Tür stehen. Dann sieht hier alles auch einheitlich aus. Also Rasen wird gemäht, Straße wird gekehrt, Bäume geschnitten, was auch immer. Also das ist sowas, was eine sogenannte HOA macht. Das ist eine Home Owners Association. Und da bezahlt man natürlich auch dann im Monat. Es kommt darauf an, wie groß das Development ist und was alles mit inkludiert ist. Also manche Developments haben Pools, Gemeinschaftshäuser, was auch immer. Und da zahlt man dann im Schnitt so 200 bis 500, 600 Dollar pro Monat. Nur damit das Landscaping, also die ganze Landschaftsgärtnerei, das ganze Drumherum, das auch gemacht wird. Im Winter wird da Schnee geschaufelt. Im Sommer die Rasenbewässerung gemacht und die Infrastruktur aufrechterhalten. Und da gibt es auch dann sozusagen einen Blockwart, der dann halt rumläuft und schaut, ob die Leute auch alle die Richtlinien einhalten. Also hinten darf man keinen Grill stehen haben oder keine Zweigrills stehen haben oder keine Handtücher über die Berüstung haben. Also auf solche Sachen wird dann geachtet. Und dann gibt es auch von der HOA für die Bewohner Tickets, also Strafzettel sozusagen. Also man zahlt eine Unsumme für diese Häuser. Man zahlt eine HOA pro Monat, um dann von denen noch gepanischt zu werden, also um von denen dann noch Strafzettel für irgendwas zu bekommen. Aber natürlich haben die Häuser auch was für sich. Es sind alles neue Häuser. Man hat keine baufälligen, keine Renovierungsarbeiten, keine hohen Heizkosten, weil die Energiestandards relativ hoch sind. Und das sind natürlich alles Vorteile. Das ist jetzt ein zweites Development. Das ist ein Riesendevelopment. Also das nennt sich AdWater. Das können wir uns auch gleich nochmal auf der Karte anschauen. Weil das groß ist und beziehungsweise auch schon etwas älter ist, finden wir hier auch Immobilien, die wir uns nachher noch im Detail anschauen können. Also was ihr hier seht, ist nur die Zufahrt zum Development, beziehungsweise ist schon Bestandteil vom Development, weil hier haben wir eine Mischform von so einem Development. Also auf der linken Seite seht ihr gerade, dass das auch Apartmentkomplexe sind. Das heißt, diese Wohnform, es gibt nur Einfamilienhäuser auf der Hypothekenscholle, das ist bei denen hier, die probieren was Neues. Was ist für die USA, ist das relativ neu. Und zwar, man wohnt, wo man arbeitet. Und hier ist es halt so, dass die auch gesagt haben, sie bauen Apartments mit hin. Und das ist diese gesamte linke, die gesamte linke Seite ist nur der Apartmentkomplex. Und die Reihenhäuser, Reihenmittelhäuser, beziehungsweise nachher noch Doppelhaushälften, die kommen jetzt erst hier ab dem Kreisverkehr. Also hier seht ihr auch, von der Art her sind das immer dieselben Häuser. Und vorne alles schön verklinkert, alles schön gemacht. Irgendwie sieht das alles toll aus. Aber es ist wirklich alles Plastic Fantastic. Also wenn ihr hier einen Stein seht, dann ist das Stein verklinkert. Der Rest ist Plastic Siding, also diese Seitenpaneele. Da gibt es auch noch hochwertigere Seitenpaneele. Aber vom Prinzip her wieder dasselbe. Man hat jetzt hier rechts Doppelhaushälften, links Doppelhaushälften. Also es sind immer zwei Häuser. Mit Parkplatz, Garage, vom Prinzip her immer dasselbe. Und wie ihr seht, ist es auch schön ordentlich. Hier gibt es einen Bürgersteig, alles schön sauber. Und ja, die Bäume, schön das Landscaping ist gemacht. Also das ist genau das, was man mit dieser HOA, also mit dieser Homeowners Association, mit diesem monatlichen Betrag da auch mit finanzieren muss. Also man zahlt dafür. Ja, ihr seht halt, jedes Haus hier ist verkauft. Also es stehen ganz, ganz wenige zum Wiederverkauf. Das Development ist relativ neu. Also der Teil hier hinten ist erst vor einem Jahr oder zwei gebaut. Und sieht deswegen auch noch entsprechend toll aus. Hier rechts wird noch gebaut, beziehungsweise es wird halt immer noch ein bisschen erweitert. Die gesamten Bauabschnitte von diesem Riesendevelopment hier sind eigentlich alle fertig. Und jetzt habt ihr hier die Mischform. Links habt ihr Reihenhäuser. Drei etagig. Na, zwei etagig oben drauf. Das ist fake. Das ist keine richtige Etage. Und auf der rechten Seite habt ihr die Doppelhaushälften. Also nochmal, vorne sieht das hier alles toll aus. Wir haben hier verklinkert, alles drum und dran. Aber man darf halt nicht dahinter gucken. Also vorne hui, hinten phui. Hinten ist das halt auch alles Plastik relativ günstig gemacht. Weil diese Bilder, also diese Bauträger sind natürlich nicht daran interessiert, hier hohe langfristige Werte zu schaffen. Sondern die sollen, die wollen günstig arbeiten. Hier seht ihr das Plastik überall. Und hier rechts seht ihr auch schon das Haus, was diese Tyvek-Folie hat. Beziehungsweise diese halbdurchlässige Wetterfolie, was auch immer das ist. Und im Prinzip ist das Holzständerbauweise. Also es sind wirklich drei Etagen oder zwei Etagen obendrauf. Und das ist alles Holzständerbauweise. Da ist nichts oder so gut wie gar nichts mit Beton gemacht. Vielleicht die Schornsteine, wenn es welche gibt. Das kommt aber auch auf den Haustypen an. Also hier kann man variieren bei den Haustypen, bei den Bauträgern. Die haben dann so klangvolle Namen wie der Haustyp Mozart, der Haustyp Beethoven oder Strauss. Und die variieren dann natürlich in der Innenausstattung. Also es gibt dann das Home Depot Niveau. Das heißt, das ist das unterste Niveau. Die günstigsten Materialien verbaut. Und das kann man natürlich in der Innenausstattung auch recht schnell nach oben treiben. Das ist wie beim Auto, was man sich konfiguriert. So mit dem, ich nenne es immer das Aldi-Paket, wo man eine Gummifußmatte drin hat. Und dann kann man nach oben natürlich offen sich alles da ausstatten lassen, wie man möchte. Und den Preis verdoppeln oder verdreifachen vom Haus. Aus dem Standard-Listenpreis. Aber ich glaube, das gibt einen Eindruck, wie so ein Development aussieht. Auch wenn das jetzt vielleicht ungewohnt ist, aber das ist hier sehr, sehr beliebt. Also wie schon eingangs erwähnt, die Häuser sind so gut wie alle verkauft. Also es steht hier nichts zum Verkauf, es steht nichts leer. Und wenn was leer steht, steht es nicht lange leer. Also die gehen wirklich weg wie geschnitten Brot. Da verdienen auch die Bilder recht viel dran. Und es gibt auch jede Menge solche Developments. Also für wen das was ist, gerne. Also hier ist wenig Infrastruktur. Hier läuft man nirgendswohin zum Einkaufen. Man läuft nicht in irgendeine Bar, weil es gibt keine. Also hier in dem Development gibt es eine Bar. Und zwar beim Reinfahren sieht man links so eine Bar, die gehört zum Development dazu. Und ja, aber sonst hat man nichts. Das heißt, man braucht für alles ein Auto. Und das ist halt die Frage, ob man das möchte. Das ist der Nachteil, aber der Vorteil, wie gesagt, man hat ein komplett neues Haus. Man hat komplett neue Infrastruktur. Man hat hervorragende Isolierung, hervorragende Geräte. Nichts ist irgendwie alt oder muss in den nächsten fünf Jahren ersetzt werden. Das ist halt die Freiheit, die man sich damit auch kauft. Und halt die Art und Weise, so zu leben, ist natürlich auch eine Variante. Hier sieht man auch immer schön die Hinterhöfe, beziehungsweise Hinterhöfe. Also wenn man zwischen diesen Häusereien einfach mal durchguckt, dann sieht man, wie es hinten aussieht. Und zwar ist das wirklich alles Plastik. Das ist eine Plastikberüstung hinten dran. Das ist eine Plastikverkleidung. Also das sind so ineinander gesteckte Lamellen. Und das ist wirklich nicht hochwertig. Aber es funktioniert. Also es funktioniert von der Isolierung her und es funktioniert vom Preis her. Ästhetisch und optisch, Geschmackssache. Darüber lässt sich streiten, das muss halt jeder selber wissen. Aber wer sowas kauft, der macht das ja nicht aus Versehen, sondern der hat da einen Plan dahinter und der will da wohnen. Von daher, jeder wie er möchte. Und hier fahren wir jetzt einfach mal hinter so ein Haus, beziehungsweise durch den Innenhof. Und hier seht ihr, vorne ist alles schön individuell gestaltet und hinten ist das eigentlich alles einheitlich. Hier seht ihr die Website von den Bildern für dieses Riesenbaugebiet. Das sind die sogenannten Ryan Homes. Das ist die Webseite genau zu diesem Baugebiet. Und das ist das AdWater, wie ihr hier seht, Great Valley School District. Und was auch wichtig ist, was man hier gleich mit auf der Webseite sieht, das gesamte Baugebiet ist sold out. Das heißt, die haben wirklich jede Hütte dort verkauft, komplett. Die Website könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hier liegt das. Also hier seht ihr die Karte dazu. Das ist natürlich eine Menge Werbung und Commercial und PR. Die wollen natürlich was verkaufen, vollkommen klar. Und was wir hier noch sehen, ist dieses Video, das auf der Startseite ist. Das brauchen wir uns nicht angucken. Das ist ein bisschen sehr viel Werbung. Aber es gibt einen Eindruck, wo war die Stelle hier? Hier seht ihr, wie dieses gesamte Baugebiet mal aussah. Also es gibt hier so einen Baggersee, hinten dran hat man gleich die, ich glaube, das ist die Interstate sogar. Das ist eine Auffahrt zur Interstate hier hinten. In der Nähe sind auch Firmen, also beispielsweise Microsoft sitzt hier, Siemens sitzt hier. Die sitzen mit einem großen Teil auch in der Gegend. Also hier probiert man für die USA ein neues Konzept aus, nämlich da zu leben, wo man arbeitet und vielleicht auch sogar fußläufig dahin kommen. Aber fußläufig ist halt noch so eine Frage, also hier erreicht man nichts fußläufig, zumindest auch nicht in diesem Wohngebiet. Aber es ist ein Ansatz und ja, scheint auch viele zu interessieren, sonst hätten sie es nicht so schnell ausverkauft. Da man hier auf der Webseite natürlich jetzt keine Häuser mehr findet, die man kaufen kann, haben wir auch kein Gefühl für den Preis. Und deswegen wechseln wir jetzt zu Zillow und schauen uns bei Zillow mal ein paar Objekte in diesem Wohngebiet an, denn da sind nämlich auch schon wieder Objekte auf dem Markt. Hier bei Zillow seht ihr auch, da ist der See, das ist diese sogenannte AdWater, also dieses gesamte Development. Und was ihr hier seht, was ich jetzt hier gerade mit der Maus umfahre, das ist komplett das Development. Das war vorher noch nicht da, vielleicht sehen wir es auf der Karte noch, auf der alten Karte. Wenn ihr ein Satellit einschaltet, genau, das ist das gesamte Development. Also es ist ein riesen Gebiet und die haben das halt in 1, 2, 3, 4 Bauabschnitten gebaut. Ja, hier sieht man verschiedene Firmen, die mit hinten dran sind. Also der See ist nicht nutzbar, das ist ein reiner Baggersee, da darf man nicht mal baden, also alles abgesperrt. Haftungsfrage, was auch immer. Das ist hier genau am Turnpike, das heißt, das ist die 76, das ist auch so eine Autobahn. Ist auch was für viele, offensichtlich. Das Thema war, wir schauen uns die Häuser an, beziehungsweise was da auf dem Markt verfügbar ist. Wie ihr hier seht bei Zillow sind schon einige Häuser wieder auf dem Markt. Beispielsweise haben wir hier ein Doppelhaus, beziehungsweise ein Rhein-Mittelhaus. Schauen wir uns mal eins der Objekte an. Das ist under contract, das heißt, die haben schon ein Angebot bekommen. Gucken wir uns das hier hinten an, das sind wir auch vorbeigefahren. Also hier seht ihr ganz klar Stein, in Klammern denkste, das ist verklinkert. Also das ist wirklich alles Holzständerbauweise und das Haus hat natürlich 1, 2, 3, 4 Etagen. Nein, das ist keine Etage, das ist wirklich Fake. Also da ist ein komplettes Fenster drin, da ist Fake. Das ist maximal so ein belüfteter Dachboden, so ein Crawl Space, aber mehr ist da auch nicht drin. Die Fenster, das ist alles doppelt dreifach verglasst. Also das ist schon super Standard, das ist alles toll. Hier sieht man Stromzähler, Gasanschluss, alles da. Schauen wir rein. Also 565 für ein 3 Schlafzimmer, 4 Bäderhaus, das ist schon eine Ansage. Also das ist auch hier teuer. Die Ausstattung ist aber eben auch entsprechend. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, das sind hier die LVPs, also diese Luxury Vinyl Planks. Wie heißt das? Vinylfußboden, also diese hochwertigen Fliesen. Das ist kein Holz. Die Küche, klar, mit Granite Countertops. Also Küchen sind hier auch so ein Thema exorbitant teuer. Riesenfernseher muss sein. Wohnen, Küche, alles offen hier. Recessed Lighting und hier auch mit Sprinkler, also so eine Feuerbekämpfungsanlage. Aber es hat ein riesen Baugebiet ist und die Häuser alle zusammenhängen, haben die andere Brandschutzvorschriften und müssen alle so eine mega Anlage haben. Weil das Feuer natürlich übergreifen kann. Also dunkler Fußboden, helle Wände, hohe Fenster. Die Fenster sind wie gesagt gut. Isoliert ist das auch okay. Also nicht soundisoliert, aber wärmeisoliert. Das heißt, das ist gut eingepackt. Die waren, glaube ich, 2000, 2010 rum. Waren genau solche Haustypen so gut eingepackt, dass die alle wirklich geschimmelt sind. Da hat einer der größten Bilder, also der Bauträger hier in den USA gerade jede Menge Rechtsstreit bezüglich sowas. Da sind ganze Generationen von Häusern weggeschimmelt. Aber das haben sie jetzt, glaube ich, auch in den Griff bekommen. Ja, also sieht gut aus. Ist alles auch super. Ist halt ein reines Mittelhaus. Hinten raus zum Innenhof. Hier sieht man dann, das ist ein Deck. Das ist auch Plastik. Das ist dieser Tracks Fußboden. Siding hier hinten ist alles Plastik. Ja, schöne Tür. Also es sieht gut aus. Es ist großzügig. Hohe Räume, das ist also unbestritten. Das ist wirklich toll. Und ist auch relativ hochwertig. Also diese Häuser in dieser Gegend sind nicht die billigsten. Zumindest von der Ausstattung her nicht die billigsten gewesen. Aber man muss es mögen. Und wie schon erwähnt, hier hinten auf dem Deck schreibt einem diese HOA, also diese HOA, die Homeowner Association, für dieses Baugebiet vor. Wie groß der Grill sein darf. Wie die Farben hier hinten benutzt werden dürfen. Wie das Haus aussehen darf. Also das ist schon ziemlich restriktiv. Und hier sieht man den romantischen Blick in den Innenhof. Also so sieht es wirklich hinten dran aus. Das heißt, man kann unterm Haus nochmal parken. Da ist die Garage, beziehungsweise ein überdachter Parkplatz mit Deck überdacht. Vier Badezimmer, also das ist auch eine Ansage. Klimaanlagen sind hervorragend. Also das bleibt auch alles drin. Das bleibt auch kühl. Und im Sommer ist das halt auch Heißluft. Also finde ich jetzt nicht so schlecht, wenn die Lage halt nicht auf so einer Hypothekenscholle wäre. Wo man halt nichts, wirklich gar nichts machen kann, außer wegfahren. Man muss immer irgendwo hinfahren. Also das geht nicht anders. Begehbare Kleiderschränke, das ist halt hier üblich. Da gibt es keine Kleiderschränke, die man sich hinstellt. Also die gibt es schon. Aber da die meisten Häuser sowieso einen Kleiderschrank haben, mindestens einen Kleiderschrank pro Zimmer. Auch begehbar. Dann ist das natürlich ein anderer Haus. Also hier ist es Master Suite, nennt sich das. Also wir haben ein großes Schlafzimmer mit direkt eigenem angeschlossenen Badezimmer. Ja, Sitzgelegenheiten in der Dusche. Was sehen wir zu dem Haus? Also 565.000 wollen sie haben. Das ist ein Agent. Genau, gebaut. 2017 hat Central AC, also Klimaanlage und Gas betrieben. Und hier sehen wir auch die HOA, also die Homeowner Association. Dafür zahlt man pro Monat 205 Dollar extra. Also das Haus kann einem zwar gehören, man zahlt aber immer noch weiter Steuern und in dem Fall HOA. Und die kümmern sich um Gehsteigereinigung, Winterdienst, Landscaping, also das ganze Gardening, alles drum und dran. Und das muss man dann halt mitbezahlen. Schauen wir uns die Historie an. Was haben die damals bezahlt? 2017 haben die das gekauft für 510.000 und verkaufen das jetzt vier Jahre später oder wollen es verkaufen für 565.000. Also 50.000 da quasi Wertsteigerung. Hier sieht man so die Wertentwicklung da in der Gegend. Also da ist schon ein bisschen Appreciation, also Wertsteigerung da gewesen. Was haben wir noch? Das Haus kostet 1800 Dollar pro Jahr. Also das ist relativ günstig. Und man könnte es auch für 3500 mieten. Das heißt, wenn man so ein Haus kauft, kann man das für 3500 vermieten. Nur die Frage ist, wenn jemand das Geld hat, ein Haus für 3500 Dollar pro Monat zu mieten, warum kauft er dann nicht? Also da gibt es natürlich Kurzzeitmiete, Firmen, die sowas für ihre Mitarbeiter mieten. Also solche Varianten gibt es. Aber das ist dann wohl eher was zum Wohnen, zum selber bewohnen und nicht zum Investieren. Also als Investitionsobjekt fraglich. Also wir kümmern uns um solche Sachen noch nicht. Die Gegend ist auch gut. Also hier sieht man die Schulbewertungen. Das heißt, man hat die Mittelschool, man hat die Highschool. Und da sieht man die Bewertung 10 ist natürlich das Beste. Und da gibt es ein Rating über die Schulen hinweg. Also von daher, das sind die Informationen, die wir jetzt zu diesem Haus in diesem Development haben. Das war jetzt ein reines Mittelhaus. Hier unten haben wir jetzt noch eine Doppelhaushälfte für 6,99 Euro, was sie haben wollen. Also das sind auch vier Schlafzimmer und vier Bäder. Ja, sieht interessant aus. Aber wie gesagt, Fassade ist spannend. Seit 37 Tagen ist das Haus am Markt. Das ist vom Innendesign her jetzt mal eine andere Stilrichtung. Da sieht der Fußboden aus, als wäre es Hardwood. Das wären wohl keine Vinylplanks sein. Zumindest sieht es nicht so aus. Ja, schön designt. Also hier auch mit modernen Türschlössern und voller Infrastruktur. Also die Häuser haben auch die Komplettverkabelung. Das heißt, die haben auch Glasfaser teilweise verlegt oder die Smart Devices direkt alle schon in der Wand drin verbaut. Weil sie wurden ja erst vor kurzem gebaut. Von daher spannend. Also 6,99 Euro hier mit Double Door. Sieht gut aus. Küche, das Geschmackssache. Aber hier auch wieder die Vollausstattung. Also riesen Mikrowelle. Gasherd und hier hinten Doppelofen. Ja, das ist der Extrapreis hier. Ja, die könnt ihr euch einfach mal anschauen. Einfach mal durchklicken. Die Links zu diesen Häusern, die setze ich euch auch unter das Video. Aber am besten schaut ihr dann bei Zillow direkt in der Gegend. Weil diese Links hier ablaufen werden, wenn diese Häuser verkauft wurden. Gut, Schlafzimmer. Das ist auch die Master Suite, wie es ausschaut. Also mit diesem Recess, beziehungsweise mit dieser Erweiterung an der Decke muss man mögen. Teppich, Fußboden. Hier haben wir Vinyl Planks. Da hinten haben wir ein Badezimmer. Begehbarer Kleiderschrank. Gut, das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Aber scheint jemand zu mögen, sonst hätten sie es nicht gebaut. Also macht einen super Eindruck von drinnen. Kostet halt ein bisschen extra. 6,99 Euro, weil es eine Doppelhaushälfte ist. Und auch ein Schlafzimmer mehr hat. Bar im Keller. Also Partyraum hier unten. Ist auch hervorragend. Fitness. Ja, und von hinten natürlich wieder Plastic Fantastic. Nettes Deck. Und hier scheint die Homeowner Association sehr großzügig zu sein. Und lässt halt viel durchgehen. Also es gibt Developments, da wäre sowas hier schon wieder ein Strafzettel wert. Weil dann die Homeowner Association rumläuft und sagt, hier so viel darfst du auf deinem Deck nicht stehen haben. Und bla bla bla. Also da gibt es schon Auswüchse. Ja. Das war die Doppelhaushälfte. 2016 gebaut. Also das war ein anderer Bauabschnitt offensichtlich. Aber die HOA, also die HOA ist derselbe Preis. Pro Monat 205 Dollar. Und hier sehen wir, die haben das 2016 gekauft. Für 707.000. Und haben jetzt hier natürlich schon mal einen Verlust gemacht. Also schon einen Kaufpreisenverlust. Also keine Appreciation. Das Haus ist wirklich, offensichtlich hat es am Wert verloren. Beziehungsweise der Markt ist gerade nicht da. Die zahlen auch 2.600 Steuern pro Jahr. Schulen natürlich die gleichen, weil das dasselbe Wohngebiet ist und dieselbe Gemeinde. Von daher sind da jetzt keine großen Unterschiede. Aber halt, das ist eine Doppelhaushälfte. Und das andere, was wir uns vorher angeguckt hatten, war halt ein rein Mittelhaus. Also hier seht ihr das Baugebiet nochmal. Hier ist der große Kreisverkehr am Eingang und hier sind wir auch rumgefahren. Und haben uns das Ganze nochmal im Detail angeschaut. Ja, wer jetzt glaubt, dass das ein großes Baugebiet ist, Überraschung, es gibt noch ein größeres und dazu kommen wir jetzt. Dazu bewegen wir uns von diesem Wohngebiet, wo wir jetzt waren, also hier dem Adwater, also hier an diesem kleinen See. Zoomen wir mal ganz kurz raus und fliegen über die Karte hier Richtung Newtown Square. Newtown Square ist dem einen oder anderen SAP-Berater bekannt. Das ist die US-Zentrale der SAP. Und hier nebenan sieht man schon dieses ganze Gebiet hier. Hier sieht man schon, das ist das Baugebiet. Ein riesen Baugebiet und hier an den Preisen, die hier aufgerufen werden, seht ihr schon, dass das eine andere Liga ist. Das heißt, da oben in Melbourne waren das so um die 500.000, 600.000 pro Haus. Und da gehen wir hier schon über die Millionen. Nochmal, wir reden von Holzständerbauweisen. Hier hat man praktisch noch gleich den Country Club, also den Golfplatz, Tennis und so weiter und so fort, alles gleich nebendran. Und im Endeffekt sind das eigentlich hier mehrere Baugebiete, die zusammengehören und so. Das Neueste, was wir uns jetzt hier anschauen werden, ist genau das hier. Und ja, das wie gesagt war eine alte Farm und zu dieser Farm gehörte halt viel Land. Und das hat sich der Developer gekauft und hat das jetzt entwickelt. Also hier hat man noch einen alten See, hier hat man ein Clubhaus und noch ein bisschen alte Infrastruktur. Zumindest sieht es so aus. Und die Häuser werden jetzt hier unten natürlich noch neu gebaut. Und ja, fahren wir einfach mal durch und dann bekommt ihr den Eindruck, wie dieses Wohngebiet mit seinen Millionenhäusern ausschaut. Das ist jetzt hier die unscheinbare Zufahrt zu diesem Wohngebiet. Also es gibt noch eine offizielle, da fahren wir nachher raus. Das ist sozusagen ein abgesperrtes Wohngebiet. Also es gibt solche Wohngebiete auch als sogenannte Gated Communities. Das heißt, da ist ein riesen Zaun drumherum. Da ist ein Pförtner und da kommt man auch nur rein, wenn man einen Termin hat bzw. angemeldet ist. Aber ich glaube, hier seht ihr auch schon, wie so ein Wohngebiet aussieht, wenn es entsteht. Also ziemlich instant. Rechts kleiner Überlaufteich bzw. da sind die Häuser schon fertig. Das sind alles Doppelhaushälften, aber riesen Doppelhaushälften. Teilweise mit Keller, aber die meisten haben keinen Keller. Also hier ist auch alles am Berg gebaut. Das ist eine ziemlich hügelige Landschaft. Ja, also vom Prinzip her, der Eindruck ist, glaube ich, auch wie in den beiden vorhergehenden Wohngebieten. Also es ist eine Menge Plastik verbaut. Das wirkt alles sehr instant. Hier sind halt die Häuser größer, die Grundstücke teurer und somit die ganze, ja, die Liga ist eine andere. Hier rechts seht ihr schön alter Baum drumherum gebaut. Also als wäre es seit Jahrhunderten so gewachsen. Ist es aber nicht. Das ist alles in den letzten Jahren entstanden. Und hier links seht ihr jetzt auch schon schön, wie die Rückseiten von diesen Superhäusern aussehen. Also vorne ist alles, sieht das top aus und von hinten ist das wirklich einheitlich Plastik. Bis auf der Kamin, da haben die meisten noch einen schönen Fireplace drin. Also meistens Gas- oder ein Außenholz-Fireplace, aber Holz ist es in den seltensten Fällen mehr. Und ja, also von vorne hier alles Stein und von der Seite ist das Plastik. Also unten drunter ist wirklich alles komplett Holzständerbauweise. Ist nicht schlecht, ist halt eine andere Art zu bauen und ein anderer Ansatz. Muss man eben mögen. Also hier auch alles neu gemacht. Die Häuser sind super. Also das kostet schon ein bisschen mehr. Geschmackssache. Man hat Infrastruktur, auch wieder nur das Nötigste fußläufig. Vielleicht ein Country Club fußläufig, aber da fährt man am besten Fall immer mit dem Auto hin. Aber Einkaufsmöglichkeiten, Bars, irgendwie Nachtläden, das gibt es natürlich nicht fußläufig. Was ihr jetzt seht, wo wir genau drauf zu fahren, ist genau so ein Haus im Bau. Also hier seht ihr, dass das wirklich alles Holzständerbauweise ist. Da ist normales Framing. Dann kommt Plywood, also OSB-Platten oben drüber. Ja, Plywood. Die werden dann eingepackt mit dieser Tyvek-Folie, also mit dieser Water-Barrier, Waypok-Barrier. Und dann wird da Siding drauf gebaut. Also entweder hier verklinkert oder eben Plastic Fantastic. Je nachdem, was der Geldbeutel hergibt. Und hier vorne voll verklinkert. Also das sind schon teure Häuser. Also hier, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen, auf der Übersicht bei Zillow eine Million. So ein Haus eine Million. Hier bezahlt man natürlich die Lage. Also man ist relativ nah an Newtown Square, an Philadelphia, näher als in den beiden anderen Wohngebieten, wo wir vorher waren. Und die Nähe, die bezahlt man dann auch. Also hier links, das ist locker mal sechs, sieben Bedrooms. Also das sind für größere Familien oder für Leute, die einfach mehr Platz brauchen. Ja, was hier links aussieht wie ein Friedhof mit Steinen. Das sind einfach wirklich nur Steine. Das ist halt Landscaping und das ist genau das, was man auch mit bezahlt. Also mit der HOA, mit der Homeowners Association Gebühr, zahlt man genau das, dass der Rasen gemäht ist, dass die Bäume getrimmt sind, dass die Vorgärten hier alle gemäht sind. Also man braucht sich eigentlich nicht selbst um sein eigenes Landscaping kümmern. Hat den Vorteil, man braucht keine Gerätschaften, man braucht keine Zeit investieren. Und ja, es sieht halt immer schön geschnitten und gemäht aus. Also so Rasen ist hier in den USA für die meisten Leute ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der Rasen muss gepflegt aussehen. Man müsste drauf patten können, Golf spielen können, aber macht keiner auf den Rasen. Also die werden nicht benutzt. Das heißt, die Grundstücke sind zwar groß, werden aber wirklich nicht benutzt. Hier rechts auch eine Riesenhütte. Muss man halt mögen, sowas, aber hey, das gibt eine hohe Nachfrage dazu, weil die Häuser sind halt alle nicht lange am Markt und werden auch schnell wieder verkauft. Ich hoffe, das gibt einen Eindruck, wie solche Neubaugebiete ausschauen. Ob das besser ist oder schlechter ist, sei dahingestellt. Das will ich nicht beurteilen. Das gibt offensichtlich Leute, die das mögen und kaufen und auch bezahlen. Von daher ist das auch eine Art. Die Häuser sind auch sehr groß. Riesengaragen, zwei, drei, vier Autogaragen haben wir gerade gesehen schon. Fünf, sechs Schlafzimmer, super isoliert, neueste Infrastruktur. Man hat wenig Aufwand, das zahlt man halt mit dem Preis. Und wenn es gut läuft, hat man auch eine Wertsteigerung. Aber schauen wir uns einfach mal eins dieser Häuser auf Zillo an. Das Baugebiet befindet sich noch im Bau. Das heißt, hier gibt es auch noch Objekte, die zu verkaufen sind. Ich will euch aber jetzt hier nicht so ein Haus verkaufen. Von daher schauen wir uns die Website von den Bildern für dieses Baugebiet nicht an. Wer das wissen möchte, der findet das durch Googlen relativ schnell raus, welcher Bilde das ist bzw. welche Standardhäuser das hier sind. Aber ein paar Häuser aus älteren Bauabschnitten sind auch gerade zu verkaufen bzw. sind wieder zu verkaufen. Und die können wir uns auf Zillo einfach mal anschauen. Nehmen wir das hier zum Beispiel für 1,6 Millionen. Also ist in diesem Baugebiet. Und hier haben wir auch 5 Schlafzimmer und 5 Bäder auf 8.000 Square Feet. Und das gibt es für Sargon Schreibe 1,65 Millionen. Hier gibt es auch eine schöne 3D-Tour. Also die kennt ihr auch aus meinen anderen Videos. Das setzen wir ganz genauso ein. Also hier, das gibt einen schönen Eindruck, wie dieses Haus von innen aussieht. Einfach mal bei Zillo nachgucken. Und dann könnt ihr euch auch durch dieses Haus hier bewegen. Und ihr bekommt einen Eindruck, wie das... Die ist schlecht gemacht, die Tour. Sei es drum. Aber es gibt einen Eindruck, wie das hier ausschaut. Wie groß dieses Haus ist oder wie groß die Objekte sind. Man kann sich das Haus auch von draußen anschauen. Also die Fotos sind gut gemacht. Da kann man nichts sagen. Für jemanden, der Platz braucht, wo er decken möchte, ist das ein ideales Haus. Aber der spannende Part kommt, glaube ich, hier unten. Also diese 5 Bedrooms und 5 Bäder sind die eine Sache. 300 Dollar pro Monat zahlt ihr da schon mal für die Hohe. Also dass der Driveway sauber gehalten wird, das Gras gemäht wird und dass der Winterdienst gemacht wird. Dafür zahlt ihr 300. Dann habt ihr hier noch einen, sage und schreibe, einen Wertverlust. Beziehungsweise ist kein Wertverlust. Die haben es für 1,48 Millionen verkauft. Oder gekauft, die Eigentümer 2015. Wollten es letztes Jahr noch verkaufen für 1,7 Millionen. Haben offensichtlich keinen Käufer gefunden. Und sind jetzt hier schon mal in Preisrunde gegangen. Und zwar das erste Mal im November letzten Jahres. Und jetzt im Januar sind sie nochmal um 50.000 runtergegangen. Und hier ist der Sale Pending. Das heißt, da hat jemand gerade ein Angebot gemacht. Und die befinden sich in der Verhandlungsphase. Aber der witzige Part ist genau das hier unten. Also 5.200 Dollar kostet das Steuern. Also die Zahl hier unten kann man ignorieren. Da war es glaube ich noch im Bau. Das ist eher realistisch. Für die Gegend 5.200 sind die Steuern pro Jahr. Plus diese 300 Dollar monatlich. Ja, und da ist noch kein Licht angewiesen oder sonst was. Also die ganzen Fixkosten kommen natürlich noch dazu. Das ist alles Gasanschluss. Also von daher die Fixkosten sind alle im Rahmen. Aber ich glaube, das vermittelt den Eindruck, was so ein 1,6 Millionen Haus hier wäre. Nochmal, Holzständer Bauweise. Aber das ist das, was man hier kriegt. Und das ist das, was man für diesen Preis auch bezahlen muss. Jetzt schaue ich nochmal, ob es noch irgendwas fancy an dem Haus gibt. Na ja, gut, ein Fitnesskeller. Ja genau, also das ist das, was man hier zum Beispiel auch mit der HOA, also mit dieser Homeowners Association mitbezahlt. Das ist sozusagen so ein Gemeinschaftsgrillplatz. So ein Picknick Area, wo man dann mit Freunden grillen kann, wenn man das nicht auf seinem Balkon bzw. auf seine Terrasse machen möchte. Da ist eine Bar eingebaut. Und dann, ja, das sind so diese Gemeinschaftsgebäude. Hier ist glaube ich sogar noch ein Restaurant mit drin. Und das wäre auch das einzige Ladengeschäft, was in diesem Wohngebiet fußläufig zu erreichen ist. Das ist wirklich nur dieses eigene Restaurant. Alles andere muss man mit dem Auto fahren. Hier auch noch der Pool dabei. Schön, also für 300 Dollar pro Monat hat man das alles inklusive. Eine schöne Landschaft. Ja, da wäre noch ein Floorplan mit dabei. Floorplan ist hier in den USA relativ selten. Das kriegt man dann meistens nur direkt vom Bildern mit. Aber in dem Fall gibt es dann halt schon einen Überblick, wie das Haus ausschaut. Und für sage und schreibe 1,6 Millionen kann man das haben. Das Thema US-Immobilien interessiert dich und du möchtest keins meiner Videos mehr verpassen? Ganz einfach, abonniere meinen Kanal und läute die Glocke. Dann wirst du immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Wenn du Themenwünsche hast oder andere Fragen, nutze einfach die Kommentarfunktion unter dem Video. Wenn du selber investieren möchtest, direkt oder indirekt in US-Immobilien, dann schreib mir einfach bei Instagram, at the lucas show oder schick mir eine E-Mail und dann können wir schauen, was wir für dich tun können. Wie eingangs bereits erwähnt, geht es hier nicht darum zu sagen, welche Bauweise oder Lebensweise besser oder schlechter ist. Das ist nicht die Intention von dem Video. Du hast gesehen, wie Baugebiete, Neubaugebiete hier in den USA ausschauen, auf die drei Preissegmente verteilen. Also wir haben eins angeschaut aus dem unteren Preissegment. Das war das erste mittleres Preissegment, das zweite. Und das obere Preissegment war das dritte Baugebiet, was wir gesehen haben. Und du hast den Eindruck bekommen, wie sowas ausschaut, was an Kosten dazugehört und welche Objekte es in solchen Baugebieten gibt. Und damit hast du bis zum Schluss des Videos durchgehalten. Vielen Dank dafür. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da. Das zeigt YouTube, dass dieses Video auch für andere Leute interessant sein könnte. Und das hilft meinem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin. Bis dahin.